Rallye dort. Dann machen wir direkt ein neues Rallye. Ja, über Westen. Ansonsten verlangen wir mal wieder. Ja, selber ja. Ja, kommt noch, kommt noch Süden. Hier durch. Ich hab die Mörser sind genau auf meiner Pose, drei Stück. Hast du sie? Ja. Die kommen jetzt aus dem Nordosten. Bei mir Achtung, ihr kommt dann auf mich zu gerannt, da kommen ganz viele. Ja, stimmt auch. Ja, genau. Die sollen mich irgendwie raushaben, aber irgendwie klappt es nicht. Was hat die Führung hier? Ach komm, dann renne ich dich wieder. Was willst du machen? Rumpel draufschmeißen. Ja. Die cappen wieder? Ich brauch genaue Koordinaten, was? Genau auf mich drauf. Ah, okay. Okay. Äh, Flo, Krillinger. Äh, ich hab hier einen Bombing Mission Marker. Da ist eine Mörserstellung. Danke, Dieter. Egal, ich bleib jetzt hier. Bis sie keinen Bock mehr haben. Shhhh. Alter, hast du überlebt? Shhhh. Ja, okay. Muss nachladen, muss nachladen. Da kommt nicht einer. Aber ich kann nicht auf ihn schießen. Ja. Die werden die gleich überraschen, du brauchst mal Hilfe. Ja, bei mir. Was ist einer? Scheiße. Ja, ist das unfair, ey. Komm. Komm her, du Spass. Als ob, ey. Ach, f*** dich, ey. Hinter hier. Ja, na, ist weg. Ach, das ist so unfair, ne? Das ist so unfair. Wir brauchen hier Hilfe. Im Westen. In der Straße. Haben wir nen Pio oder so? Geh mal da hin und mach die Scheiße weg, ey. Fuck. Balthasar, komm, komm, komm. Balthasar, komm. Ich bin hinter dir. Ja. Oh Gott. Aber ich muss ein scheiß schweres Fuckgerät tragen. Sind alle aufm Punkt hier. Ach, nice. So, Rally steht. Ja, trinken, ey. Ja, ich auch. Habt ihr noch Bier? Ja, wenig. Ich hab Wasser. Geil. Äh, 2022, ja? Hä? Ja, das ist ne wichtige Frage. Ach, scheiße, verblutet. Wo bist du? Bei 33. Da war ganz viel, ein ganzer Squad. Hast du den Rally jetzt ohne... Danke, danke, danke. Ganz cool, wenn man da alleine nen Rally setzen könnte. Ja, die kommen hier aus dem Haus raus, fuck. Wo kam der her, hier? Hau Putze? Ja. Ach, nichts. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, die klammeln nur noch mit den Häusern rum. Fuck. Scheiße. Komm mal dahin. Ey, noch einer. Das war lange. Hab ich dich getroffen? Nein, nein, nein. Punkt 33 ist noch einer im Haus drin. Sorry, Bro. Oh nein. Dann nur zwei Minuten. Das ist wirklich ne schöne Karte. Gell? Ja, also es ist eine von wenigen Modkarten, die mir wirklich gut gefällt. Ja, ne? Coole Combo aus Flasher und Close Infantry Fight. Da kommt noch einer, den Hügel hoch. Okay. Ich hab ihn hier. Warte, lass ihn aufheben. Entschuldige, ich wusste nicht, dass du so beinahm bist. Nummer eins, get shotted. Alter, ich hab' geschossen. Nummer zwei, down. Dahinter ist noch einer im Wald. Hahaha. 200 Meter. Oh, ich hab' verfehlt. Gott sei Dank. Ja, Mann. Ist down. Schön. Aber irgendwann explodiert das Wrack noch einer. Ja, eins schlägt mir Mütter näher. Geil. Explodieren die Wracks? In der Fluchtwand? Äh, Junge, schieß. Du musst mich treffen. So, 33 Sekunden DG. Ja, nochmal aufgeräumt. Die letzten Sekunden. Ja. Na, der Sniper und dem G ist doch ne Combo, die kennt man doch immer. Ja. Ja, ja klar. Oh, wir haben hier nen Panzer. Ist das unser? Ja. Ja. So, es bin nicht in der 8-8 drin. Mal gucken, ob ich bewirken kann mit dem Ding. Wir müssen vorher rausbomben. Sieht so aus. Enemies on me. Ah, ja. Wir werden in den Arten. Kannst du ihn beten? Junge, den hat's richtig zerrissen. Da waren drei auf einen Haufen. Die haben weggeschossen. Eieieieiei. Das sah gar nicht gut aus. Ich brauche ein bisschen Zeit. Noch mehr. Wir müssen nur verteidigen. Jetzt denk ich mir so, wann geht's denn jetzt weiter? Lord. Ich könnte diesen Trafen-Run nutzen. Kommt noch eine Werte hin? Dann möchtest du schon wieder rum. Ich bin hier in der 8-8. Immer noch? Krass. Ich lebe noch. Das ist ein Wunder auf jeden Fall. Metztens hätte ich rausgeschossen aus dem Ding. Da renne ich mich wieder rum. Guck mal, die sterben jetzt alle. Wahrscheinlich noch. Junge, Junge, Junge. Schnell, schneller nach. Ja, da sind die arme Beine geflogen auf jeden Fall noch. Nicht was ihr lernt. Ah, da kommen sie ja her. Die dober, die sind tot. Und dann sagt sie, dass sie eine Knappau. Klappauern. Und dann geht's das nicht wieder. Wie überwinden wir so.